Wundervoller Zustand. Ich fühlte keinen Körper, aber ich fühlte mich vollkommen intakt. Es ist alles ganz schön, erleuchtet, hell. Ich möchte es nicht direkt sagen, so ein Tunnel oder so, aber sehr intensiv und sehr lang und es kommt einem auch viel, viel länger vor. Und wenn man dann wieder zu sich kommt, richtig, dann denkt man sich, wow, was war jetzt? Jenseitsreisen faszinieren die Menschen seit Alters her. Das Paradies oder die Hölle und der Weg dorthin. Diejenigen, die von solchen Erfahrungen berichten können, waren dem Sterben schon einmal sehr nah. Man spricht von Nahtoderfahrungen. Was in solchen Momenten geschieht, das untersucht der Chemnitzer Mediziner Dr. Dietrich Ebert. Nahtoderfahrungen werden gemacht, wie es der Name sagt, wenn unmittelbare Lebensbedrohung besteht. Das heißt also, typische Situationen sind Operationssaalunglücke, Unglücke, also wenn sozusagen medizinisch was schief geht und für einen Moment der klinische Tod eintritt. Oder in Extremsituationen charakteristisch sind Bergsteiger, die abstürzen oder Leute in Unfallsituationen. Das erlebte auch Hubert Mayer. Er ist einer der besten Freitaucher der Welt und gehört der deutschen Nationalmannschaft an. Freitaucher oder Abnoetaucher, wie sie auch genannt werden, wollen sich wie Fische unter Fischen bewegen. Bei ihren Wettkämpfen tauchen sie so tief und so lange, wie es ihnen möglich ist. Dabei verwenden sie keinerlei technische Hilfsmittel, also auch keine Atemgeräte. Freitaucher verlassen sich ganz auf sich selbst, auf ihren Körper. Dann bei der Weltmeisterschaft 2001 auf Ibiza, erlitt Hubert Mayer beim Tieftauchen einen Unfall. Also an dem Tag war es so, da bin ich runtergetaucht zum Eintauchen auf 30, 40 Meter und das war halt viel kürzer. Normalerweise gehe ich da schon auf die Tiefe, die ich im Wettkampf mache und naja. Bin dann hin zum Seil, musste dann abtauchen und genau unten bei der Wende, dachte ich mir schon, da war ich aber dann bei 70, du Idiot. Das musste jetzt sein, du musstest dich beweisen und naja, keine Ahnung. Und dann, ja da hat man ja nicht mehr viele Alternativen, da muss man ja wieder nach oben. Und ja, da bin ich schon sehr nervös geworden und hab mich halt versucht zu beruhigen und kurz vor der Oberfläche weg gewesen. Und dann, ja, dann haben sie mich raus. Es ist ja unter gesicherten Bedingungen, also weil da sind überall Leute, Gerätetaucher, Freitaucher, Ärzte, alles da. Und ja, also die haben mich dann raus und kurz bevor sie mit ihren Beatmungsgeräten kamen und mich da wieder beleben wollten, auf gut Deutsch bin ich zu mir gekommen. Ich weiß nur noch für mich, dass es sehr, sehr schön war, also sehr angenehm, warm, ja ein Losgelöstsein, ein, ja wie ein Fliegen im Wasser, ein Träumen. Also ich hab mich noch im Wasser empfunden, ein hellblauem Wasser und sehr, ja, angenehm. Also losgelöst, entspannt und fliegend, träumend. Also, ja, teilweise, also Mengenfahrer möchte ich jetzt nicht derzeit sagen, dass ich gesehen habe, aber halt sehr, sehr intensiv von den Eindrücken her so. Viele Menschen, die solche Nahtoderfahrungen gemacht haben, beschreiben ganz besondere Erlebnisse. Wurden diese Visionen früher noch als Hirngespinste abgetan und in die Nähe von Wahnvorstellungen gerückt, so interessieren sich heute immer mehr Wissenschaftler für das Phänomen. Diese Erlebnisse sind überhaupt erst bekannt geworden und publik geworden dadurch, dass man Menschen, die reanimiert wurden, die also schon mal einen klinischen Todeszustand, zumindest nach der Definition der Medizin, durchlebt hatten, wieder ins Leben zurückgeholt wurden. Und von all jenen berichten einige über diese Erlebnisse. Es gibt wohl auch Statistiken darüber, die von etwa 35 bis 40 Prozent der Leute berichten, die sowas erlebt haben. Man muss aber dazu sagen, dass wahrscheinlich viel mehr oder vielleicht sogar jeder das erlebt, nur dass es entweder schlecht erinnert wird oder nicht erinnert wird, beziehungsweise auch verdrängt wird. Bärbel Alex erlebte die Todesnähe bei der Geburt eines ihrer Kinder. Nach zwei Entbindungen im Krankenhaus, die sie in keiner guten Erinnerung hatte, sollte bei ihrem dritten Kind alles anders werden. So natürlich wie möglich sollte die Geburt ablaufen, vor allem ohne Medikamente. Dann aber wurden ihre Schmerzen doch zu groß. Diese Geburt war in der Familie, waren alle dabei, selbst die zwei größeren Töchter, noch mein Mann. Also das war schon sehr realistisch, was ich da gesehen habe. Es war eben die Geburt und ich stand halt neben mir. Und auf der linken Seite vom Bett war die Familie. Ich war in der Mitte, mein Körper war in der Mitte. Und ich stand auf der rechten Seite und habe zugeguckt, wie mein Sohn geboren wurde. Also ja, ich war halt in dem Raum und ich war dabei, aber knapp unmittelbar neben meinem Körper war ich. Was noch wichtig war dabei, dass ich das Gefühl von einer Zeitlosigkeit hatte. Also es gab für mich keine Zeit mehr in dem Moment. Das war auch was ganz Irres. Ich denke, dass ich aus meinem Körper, aus meiner Hülle einfach ausgestiegen bin. Und ja, vielleicht weil es so nicht zu ertragen war und für kurze Zeit ausgestiegen bin und die Möglichkeit hatte, mich selbst zu beobachten. Ja, als das Kind auf meiner Brust lag, also als ich ihm das erste Mal sozusagen in die Augen geguckt habe, dann sind die Bilder wieder normal gewesen. Also nicht mehr von der Seite. Das Gefühl, sich außerhalb des eigenen Körpers zu befinden, durch einen Tunnel zu schweben oder Lichtwesen zu begegnen, wird in den Berichten über Nahtoderfahrungen immer wieder beschrieben. Ob sich diese Bilder von normalen Traumerlebnissen unterscheiden, untersucht auch der Mediziner Dietrich Ebert. Träume sind im Vergleich zum Alltagsbewusstsein so unrealistisch, dass eine gewisse Distanz dazu immer gefunden wird. Insofern ist das Traumerleben, was ja auch jeder Mann kennt und jeder Mann von Kindesbeinen an auch erzählt und wiedergibt, ist etwas, eine bekannte Welt. Das Nahtodeserlebnis ist eine unbekannte Welt. Das ist etwas, was der Betreffende im Traum noch nie erlebt hat. Zumindest geht das aus den Analysen, die wir bisher haben, hervor. Und es hat einen viel stärkeren Realitätscharakter. Für Rita Groß waren diese Nahtoderfahrungen so intensiv, dass sie ihr Leben danach völlig änderte. Die Lehrerin fand zu Gott, zum christlichen Glauben. Das war im September 1999. Erstmals spricht sie über diese besonderen Eindrücke. Ich war schon sehr lange, über Jahrzehnte schwer chronisch erkrankt und habe sehr unter dieser Krankheit gelitten. Und eines Tages war es dann so schlimm, dass ich nicht mehr leben wollte und ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Rita Groß nahm Tabletten und fiel ins Koma. In letzter Minute fand sie ihr Mann und verständigte den Notarzt. Als man sie ins Krankenhaus brachte, glaubte wohl keiner so recht daran, dass sie jemals wieder aus dem Koma erwachen würde. In ihren Visionen musste Rita Groß einen langen und beschwerlichen Weg gehen. Sie erlebte dabei die Schrecken einer Schattenwelt. Ich war immer noch körperlos, schwebte sozusagen, war aber auf einer Art Straße. Ich wurde magisch von einem Haus angezogen. Das Haus war verschlossen, ich kam trotzdem hinein. Und ich empfand mich in einer anderen Welt mit sonderbaren Gebilden, die mich wie Sinneshärchen in eine bestimmte Richtung trieben. Und zwar eine ganz breite Treppe hinunter in eine Art Keller. Ich war wie gelähmt, konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ich war nicht mehr ich selbst, wollte nur weg. Und das Angstgefühl steigerte sich bis zur Panik. Besonders als plötzlich, urplötzlich zwei Gestalten auftauchten. Nicht direkt menschlich, aber sie sagten nichts. Aber ich spürte einfach, es ist hier etwas nicht Gutes. Und ich erinnere mich, dass ich versucht habe zu rufen, ich will hier weg. Und ich erinnere mich, dass eine dieser beiden Gestalten sagte, hier kommt keiner mehr weg. Und obwohl mich keine von den Gestalten angefasst hatte, fühlte ich mich von ihnen sehr heftig berührt und rau in diese Kammer hineingestoßen. Ich war gezwungen, meine gegenüberliegende Wand anzuvisieren. Und ich nahm nur ein einziges kleines Teil wahr. Plötzlich war mir alles klar. Dieser Fleck war ein Ausgang, ein Loch. Es wurde immer größer, immer größer. Und ich wusste, dieses schwarze Nichts würde mich hineinziehen. Und ich wäre verschwunden. Ich fühlte Kälte, ich fühlte Lähmung und unglaubliche Angst. Ich fing an zu beten. Ich betete, ich stammelte eigentlich nur im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, hilf mir. Und in diesem Moment, wo ich anfing zu beten, bemerkte ich, dass dieses schwarze Nichts nicht weiter wuchs. Ganz plötzlich nahm ich ein warmes Licht wahr und aus der linken Ecke erhob sich ein Kreuz und stellte sich zwischen das schwarze Nichts und mich. Und ich bemerkte, dass dieses schwarze Nichts wieder verschwand und das Kreuz weiter strahlte, wurde ich ruhiger und empfand auch keinerlei Angst mehr. Plötzlich wurde ich in Bewegung gesetzt und rutschte quasi durch den Tunnel hindurch. Und als die Bewegung aufhörte, sah ich in schwarz-weiß mein Leben, mein ganzes Leben an mir vorüberziehen. Ich sah mich als Säugling, als Kind, als Jugendlicher, rasend schnell, im Zeitraffer-Tempo. Ganz viele Situationen, die ich sofort erkannte, auch die letzten Sekunden meines Lebens, wie ich dann eingeschlafen bin. Danach befand ich mich wieder in einem ganz anderen Zustand. Ich war in einem weiten Raum wie auf einem Feld. Es wurde heller und es wurde deutlicher. Und ich sah langsam wie ein Baum, der wie von einem Blitz getroffen auf dem Boden lag. Und der Baum fügte sich auf ganz wunderbare Weise zusammen. Und langsam wuchsen auch über diese Narbe Äste und sie verblasste immer mehr. Am Horizont tat sich ein wunderbares, helles Licht auf. Und dieses Licht zog mich magisch an. Ich wollte dorthin, wusste aber gleichzeitig, ich musste diesen Weg erst gehen. Es musste noch so eine ganz lange Zeit dauern, bis ich zu diesem Licht komme. Nach diesem wunderbaren Bild des Baumes war ich plötzlich wieder da. Ich fühlte meinen Körper, ich wusste, ich bin im Krankenhaus, alles war mir klar. Ich wachte auf und sah in das Zimmer der Intensivstation um mich herum. Die Ärzte auf den Intensivstationen kämpfen um das Leben ihrer Patienten. Von deren eventuellen Nahtoderlebnissen erfahren sie selten. Die Patienten sprechen nicht darüber. Der Tod gehört zum Alltag auf der Station. Das Thema Sterben aber ist weitgehend tabu. Was in diesem Moment des Sterbens geschieht, liegt noch immer im Ungewissen. Auch für Dr. Ebert. Ja, die Wissenschaft kann dazu eigentlich nicht viel sagen. Es ist jetzt die Frage, welche Wissenschaft könnte da eine Aussage treffen. In erster Linie ist das natürlich die Psychologie. Das Nahtoderlebnis ist in seiner Gesamtheit auch nochmal von Halluzinationen zu unterscheiden. Man kann Teile dieses Nahtoderlebnisses auch durch halluzinogene Substanzen hervorrufen. Das ist auch schon experimentell getan worden. Aber es sind immer nur Bruchstücke. Nun kann man fragen, was kann die Physiologie dazu sagen? Also was läuft im Körper dabei ab? Und da kann man sagen, wir sind da vollkommen im Unklaren. Tatsache ist, dass die Nervzellen im Moment des klinischen Todes wahrscheinlich noch lange nicht tot sind. Und auch dann, wenn wir ein Nulllinien-EEG haben, dass auch dann noch bestimmt Zellaktivitäten stattfinden, die sich nur nach außen nicht so einfach abbilden lassen. Das Bewusstsein auf Reisen, während der Körper stirbt? Ein Phänomen, das Fragen aufwirft, für die es kaum Antworten gibt. Was es auch immer sein mag, die Menschen, die solche Erfahrungen in der Nähe des Todes gemacht haben, berichten von einem überwältigenden Gefühl. Ein Gefühl, an das sie sich gern erinnern, das Ängste verschwinden lässt, das ihnen Hoffnung und Kraft für das Weiterleben schenkt. Es freut mich, dass ich diese Erfahrung machen konnte. Dass es auf natürliche Art und Weise auch, dass ich diese Erfahrung machen konnte. Es ist einfach was ganz Besonderes. Und dieses Gefühl gerade von Zeitlosigkeit und keine Angst mehr überhaupt haben zu müssen vor irgendwas. Dieses Gefühl immer zu sein, immer Zeit gibt es nicht mehr. Also ich denke, wenn man in diesem Gefühl leben könnte, das würde das Leben sehr viel wertvoller und schöner machen. Es ist halt eine Erfahrung, die sehr wenige Menschen machen. Ich weiß von den anderen Menschen, dass es alle ähnlich empfinden. Also es ist, ja so, ja man, ich weiß nicht, also man sieht ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Da kommt man normal nicht hin oder sollte nicht hinkommen. Und man kriegt da halt einen, ja sehr tiefen Einblick. Ich weiß nicht, man ist auch sehr euphorisch danach. Die Bilder, die in diesen todesnahen Situationen erlebt werden, ähneln einander. Der lange Tunnel, paradiesische Landschaften, das wunderbare Licht und auch die dunklen Gestalten. Haben diese Eindrücke womöglich etwas mit dem christlichen Glauben zu tun? Dr. Dietrich Ebert sieht einen größeren Zusammenhang. Das ist ja das Erstaunliche. Diese Erfahrung machen alle Menschen, egal welchen Glauben sie haben. Und vor allen Dingen auch zwischen verschiedenen Kulturen. Es ist also auch so, dass in der ganzen Welt Leute, seien sie nun animistisch oder christlich oder islamisch oder buddhistisch oder atheistisch, solche Erfahrungen machen und eben dieselben Bilder sehen und dieselben Erlebnisse berichten. In christlichen Jenseitsschilderungen des Mittelalters berichten Mönche und Nonnen von Engeln, die in den sieben Himmeln schweben, und Dämonen, die durch das Höllenfeuer reiten. Totentanzdarstellungen in Kirchen beschreiben den Weg der gerechten Seelen ins Himmelreich. Doch das Jenseitswissen ist viel älter. Im ägyptischen Totenbuch wägt der Gott Anubis das Herz des Verstorbenen gegen eine Feder auf. Ist es rein, dann ist es auch leichter als die Feder und der Tote gelangt ins Reich der Götter. Wenn nicht, dann wartet auf ihn der Verschlinger der Seelen. Und auch im Buddhismus verlässt die Seele des Verstorbenen den Körper. Nach einer Zeit der Wanderung wird sie in einem neuen Lebewesen wiedergeboren. Im tibetischen Totenbuch oder in den tibetischen Totenbüchern wird der Zwischenzustand zwischen Tod und Wiedergeburt beschrieben. Und zwar einerseits kulturell so ausgeschmückt, dass man einige Komponenten nur versteht, wenn man die dortische Kultur kennt. Andererseits aber mit einer ziemlich präzisen Schilderung genau derselben Abläufe, die wir bei den Nahtodeserfahrungen eruieren können. Das heißt, dort sind diese Nahtodeserfahrungen in irgendwelcher Weise schon ausgewertet. Jahrtausende alte Geschichten geben noch immer Rätsel auf. Vielleicht sind die religiösen Mythen näher an dem, was tatsächlich beim Sterben geschieht, als wir glauben. Was ist es, das uns also diese Erfahrungen machen lässt? Unser Bewusstsein? Die Seele? Ich bin überzeugt davon, dass diese Dinge, die ich erlebt habe, nicht meinem Körper widerfahren sind, sondern dass einem anderen Teil in mir, ich würde sagen der Seele, widerfahren ist. Und dass der Körper absolut unbeteiligt im Krankenhaus, im Krankenwagen und wo auch immer gelegen hat und davon total abgetrennt war. Ich kann mir nur vorstellen, dass es, nachdem dieser Baum mir diese Verheißung gegeben hat, ich wieder in diesen Körper zurückgekommen bin. In der Zeit, wo man da weg ist, da passiert so viel im Kopf, dass es da ja wohl noch irgendwas geben muss, wenn es einmal richtig zur Sache geht, wenn man ganz tot ist oder wie auch immer. Was heißt ganz tot? Also wenn man mal stirbt, also man hat zumindest den Eindruck, da könnte durchaus was kommen danach. Und ja, ich weiß nicht, also ich freue mich über diese Erkenntnis oder über diesen Eindruck. Forschungen haben ergeben, dass auch Menschen diesen Eindruck einer jenseitigen Welt gewinnen, die wie Bärbel Alex eher fern einer religiösen Prägung aufgewachsen sind. Ich denke schon, dass die Erfahrung mein Leben positiv beeinflusst hat, weil das Sterben bedeutet, dass die Seele aus dem Körper rausgeht. Und so weit war meine Erfahrung nicht, dass ich sehen konnte, wohin sie geht und was dann sein wird. Aber dieses Gefühl dieser Sorglosigkeit und diese Zeitlosigkeit, das ist so überwältigend, dass man sich, glaube ich, keine Sorgen machen muss, was dann ist. Und natürlich kamen auch Gedanken daran, kann die Seele wieder in einen anderen Körper schlüpfen und weiter wieder leben. Für viele Menschen, die dem Jenseits schon einmal so nahe waren, verliert das Sterben und der Tod seinen Schrecken. Ängste verschwinden. Sie sehen kommendem gelassener entgegen. Und sie glauben, dass es eine Welt hinter der real Erfahrbaren gibt. So etwas wie ein Leben nach dem Tod? Das Leben nach dem Tod wäre also eigentlich eine verrückte Fragestellung. Aber gemeint ist natürlich, ob irgendetwas von unserer Psyche nach dem Tod oder nach dem Sterben, sagen wir mal lieber, also dem Moment des Eintritts des Todes, irgendwas fortbesteht. Und so wie diese Berichte über die Nahtodeserfahrung lauten, muss man sagen, ja, aber wir wissen natürlich nicht, wie lange. Es könnte ja sein, dass das einige Minuten oder Stunden sind, die subjektiv möglicherweise sogar als Tage oder sehr lang erlebt werden. Diese Erlebnisse in der Nähe des Todes werden von allen als etwas sehr Einprägsames und Wunderbares beschrieben. Dennoch will kaum einer von denen, die sie gemacht haben, offen darüber reden. Auch Rita Groß fiel es schwer, sich anderen gegenüber zu öffnen. Ich wusste, dass etwas passiert ist mit mir, was ich vorerst niemandem erklären konnte. Ich hatte auch große Besorgnis, einem Arzt im Krankenhaus irgendetwas davon zu erzählen oder auch nur Andeutungen davon zu machen, weil ich befürchtete, dass aufgrund meiner Erkrankung man sagen würde, jetzt hat sie den Verstand verloren, jetzt ist sie reif für die Psychiatrie. Und dass man mich weggeschlossen hätte und mir gesagt hätte, sie redet durcheinander. Ich wusste, ich muss erst mal beweisen, dass dem nicht so ist. Im Vordergrund steht, dass die Erlebnisse so einprägsam und so anders sind als das, was man im Alltagsbewusstsein lernt und im Laufe seines Lebens durchlebt, dass man sich nicht traut, so etwas dann zu äußern oder weiterzugeben an Leute, die es noch nicht erlebt haben. Ich nehme an, dass das der Hauptgrund ist, warum eine gewisse Angst besteht, darüber zu sprechen. Einfach die Angst für verrückt erklärt zu werden und dann irgendwie abgestempelt zu werden als jemand, der spinnt. Es ist aber inzwischen doch eben auch durch subtile Hinterfragung recht eindeutig, dass das ein sehr weit verbreitetes Phänomen ist. Viele, die diesen kurzen Blick ins Jenseits warfen, waren danach nicht mehr dieselben Menschen. Sie haben ihre Einstellung zum Leben verändert. Sie haben Depressionen und Ängste über Bord geworfen. Vor allem die vor dem Sterben. Die meisten von ihnen bestimmten neue Dinge zum wesentlichen Lebensinhalt. Sie haben eine Krankheit überwunden, zum Glauben gefunden oder eine neue Aufgabe übernommen. Was aber allen bleibt, ist der Eindruck dieses unbeschreiblichen Lichts und die tiefe Gewissheit, dass dieses Leben nicht alles ist. Es ist schon eine besondere Erfahrung, die ich gemacht habe, sozusagen eine Seelenwanderung zu machen, aus dem Körper rauszutreten und bestimmte Sachen zu erleben. Dieses Glück empfinde ich auch jetzt noch, wenn ich daran denke. Und aus diesem Grunde kann ich auch überhaupt keine Angst vor dem Tod verspüren, weil ich weiß, der Tod, wenn Gott mich ruft, wenn Gott mich diesem Tod zuführt, dann werde ich zu diesem Licht kommen. Ja, schneller, weiter. Es ist nicht mehr so wichtig. Also es hat an Wichtigkeit verloren. Man sagt, okay, wenn es mal klappen sollte mit so einem Weltrekord, dann klappt es. Aber es würde jetzt nicht, ich muss, ich muss, ich muss, um jeden Preis da runtergehen. Aber es würde jetzt nicht, ich muss, um jeden Preis da runtergehen. Und dann, ja, dann haben sie mich raus. Es ist ja unter gesicherten Bedingungen, also, weil da sind überall Leute, Gerätetaucher, Freitaucher, Ärzte, alles da. Und ja, also die haben mich dann raus und kurz bevor sie mit ihren Beatmungsgeräten kamen und mich da wiederbeleben wollten, auf gut Deutsch bin ich zu mir gekommen. Ich weiß nur noch für mich, dass es sehr, sehr schön war, also sehr angenehm, warm, ja, ein Losgelöstsein, ein, ja, wie ein Fliegen im Wasser, ein Träumen. Also ich habe mich noch im Wasser empfunden, ein hellblauer Wasser und sehr, ja, angenehm. Also losgelöst, entspannt und fliegend, träumend. Also, ja, teilweise, also, in Beengung, vor allem möchte ich jetzt nicht der Ritz sagen, das ich gesehen habe, aber halt sehr, sehr intensiv von den Eindrücken her, so. Viele Menschen, die solche Nahtoderfahrungen gemacht haben, beschreiben ganz besondere Erlebnisse. Wurden diese Visionen früher noch als Hirngespinste abgetan und in die Nähe von Wahnvorstellungen gerückt, so interessieren sich heute immer mehr Wissenschaftler für das Phänomen. Diese Erlebnisse sind überhaupt erst bekannt geworden und publik geworden dadurch, dass man Menschen, die reanimiert wurden, die also schon mal einen klinischen Todeszustand, zumindest nach der Definition der Medizin, durchlebt hatten, wieder ins Leben zurückgeholt wurden. Toteintritt oder in Extremsituationen, charakteristisch sind Bergsteiger, die abstürzen oder Leute in Unfallsituationen. Das erlebte auch Hubert Mayer. Er ist einer der besten Freitaucher der Welt und gehört der deutschen Nationalmannschaft an. Freitaucher oder Abnoetaucher, wie sie auch genannt werden, wollen sich wie Fische unter Fischen bewegen. Bei ihren Wettkämpfen tauchen sie so tief und so lange, wie es ihnen möglich ist. Dabei verwenden sie keinerlei technische Hilfsmittel, also auch keine Atemgeräte. Freitaucher verlassen sich ganz auf sich selbst, auf ihren Körper. Dann bei der Weltmeisterschaft 2001 auf Ibiza erlitt Hubert Mayer beim Tieftauchen einen Unfall. Also an dem Tag war es so, da bin ich runtergetaucht zum Eintauchen auf 30, 40 Meter und das war halt viel kürzer. Normalerweise gehe ich da schon auf die Tiefe, die ich im Wettkampf mache und naja. Bin dann hin zum Seil, musste dann abtauchen und genau unten bei der Wende dachte ich mir schon, da war ich aber dann bei 70. Du Idiot, das musste jetzt sein, du musstest dich beweisen und naja, keine Ahnung. Und dann, ja da hat man ja nicht mehr viele Alternativen, da muss man ja wieder nach oben. Und ja da bin ich schon sehr nervös geworden geworden und habe mich halt versucht zu beruhigen und kurz vor der Oberfläche. Und von all jenen berichten einige über diese Erlebnisse. Es gibt wohl auch Statistiken darüber, die von etwa 35 bis 40 Prozent der Leute berichten, die sowas erlebt haben. Man muss aber dazu sagen, dass wahrscheinlich viel mehr oder vielleicht sogar jeder das erlebt, nur dass es entweder schlecht erinnert wird oder nicht erinnert wird, beziehungsweise auch verdrängt wird. Bärbel Alex erlebte die Todesnähe bei der Geburt eines ihrer Kinder. Nach zwei Entbindungen im Krankenhaus, die sie in keiner guten Erinnerung hatte, sollte bei ihrem dritten Kind alles anders werden. So natürlich wie möglich sollte die Geburt ablaufen, vor allem ohne Medikamente. Dann aber wurden ihre Schmerzen doch zu groß. Diese Geburt war in der Familie, waren alle dabei, selbst die zwei größeren Töchter, noch mein Mann. Also das war schon sehr realistisch, was ich da gesehen habe. Es war eben die Geburt und ich stand halt neben mir. Und auf der linken Seite vom Bett war die Familie. Ich war in der Mitte, mein Körper war in der Mitte. Und ich stand auf der rechten Seite und habe zugeguckt, wie mein Sohn geboren wurde. Also ja, ich war halt in dem Raum und ich war dabei, aber knapp unmittelbar neben meinem Körper war ich. Was noch wichtig war dabei, dass ich das Gefühl von einer Zeitlosigkeit hatte. Also es gab für mich keine Zeit mehr in dem Moment. Das war auch was ganz Irres. Ich denke, dass ich aus meinem Körper, aus meiner Hülle einfach ausgestiegen bin. Und ja, vielleicht, weil es so nicht zu ertragen war und für kurze Zeit ausgestiegen bin und die Möglichkeit hatte, mich selbst zu beobachten. Ja, als das Kind auf meiner Brust lag, also als ich ihm das erste Mal sozusagen in die Augen geguckt habe, dann sind die Bilder wieder normal gewesen. Also nicht mehr von der Seite. Das Gefühl, sich außerhalb des eigenen Körpers zu befinden, durch einen Tunnel zu schweben oder Lichtwesen zu begegnen, wird in den Berichten über Nahtoderfahrungen immer wieder beschrieben. Ob sich diese Bilder von normalen Traumerlebnissen unterscheiden, untersucht auch der Mediziner Dietrich Ebert. Träume sind im Vergleich zum Alltagsbewusstsein so unrealistisch, dass eine gewisse Distanz dazu immer gefunden wird. Insofern ist das Traumerleben, was ja auch jeder Mann kennt und jeder Mann von Kindesbeinen an auch erzählt und wiedergibt, ist etwas, eine bekannte Welt. Das Nahtodeserlebnis ist eine unbekannte Welt. Das ist etwas, was der Betreffende im Traum noch nie erlebt hat. Zumindest geht das aus den Analysen, die wir bisher haben, hervor. Und es hat einen viel stärkeren Realitätscharakter. Für Rita Groß waren diese Nahtoderfahrungen so intensiv, dass sie ihr Leben danach völlig änderte. Ich hatte einen wundervoller Zustand. Ich fühlte keinen Körper. Aber ich fühlte mich vollkommen intakt. Es ist alles ganz, ja, schön, erleuchtet, hell. Ich möchte jetzt nicht direkt sagen, so ein Tunnel oder so, aber sehr intensiv und sehr lang. Und es kommt einem auch viel, viel länger vor. Und wenn man dann wieder zu sich kommt richtig, dann denkt man sich, wow, was war jetzt? Jenseitsreisen faszinieren die Menschen seit Alters her. Das Paradies oder die Hölle und der Weg dorthin. Diejenigen, die von solchen Erfahrungen berichten können, waren dem Sterben schon einmal sehr nah. Man spricht von Nahtoderfahrungen. Was in solchen Momenten geschieht, das untersucht der Chemnitzer Mediziner Dr. Dietrich Ebert. Nahtoderfahrungen werden gemacht, wie es der Name sagt, wenn unmittelbare Lebensbedrohung besteht. Das heißt also, typische Situationen sind Operationssaalunglücke, also wenn sozusagen medizinisch was schief geht und für einen Moment der Klinik.